Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo! Hallo Antonia! Wo warst du jetzt unter dich, mein Fusier? Ja, ich weiß. Du weißt doch, dein Vertrag haut aus. Dann müssen wir jetzt mal dringend was machen. Wieso kann ich dich mit dem Entränger beschäftigen? Ich weiß, ich verspreche mir auch, ich gehe auch nächste Woche gleich zu. So geht das nicht. Was hören Sie mir denn vorschreiben? Ja, und jetzt heute, sofort auf der Stelle. Sofort? Ja. Wenn so, hast du keine Chance. Dann ist immer morgen der Letzte. Okay. Gut, würde ich auch mal. Ja, komm, kurz in Ordnung sein. Okay. Okay. Wenn du hier gefälligst, kannst du das einfach mal drauf machen. Hallo. Hallo, Herr Schüttler. Hallo, Mann. Ich habe ja so ein Problem, weil... Ja. Ich habe mal dann frechseitig zu dir gesprochen. Ja. Und du den Hauptschnitt, was? 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 Ja, warum muss ich gleich beide mal zusammen? Ja, klar. Ja. Dann kann ich das im nächsten Mal machen. Ja. Okay. Okay. Dann tun wir mal deine Jacke auf. So. 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 min. Sie müssen lange Haare haben. So. 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 Two tödlich Obst und ohne. Eben. Und ... Für Steinen kannst du eben auch keinem Lust. Und zuletzt hast du so gut gemacht. In der Art wollen wir sie haben. Das machen wir weiter. So, dann kannst du hier erstmal die Haare ein bisschen durchgaben. Ich hab ja schon seit vier Wochen gesagt, dass das jetzt am Ende ist. So, wie macht man das jetzt mal noch, das ist wahrscheinlich so. So, dann kannst du die Hälfte wegnehmen und dann kannst du das ruhig von hier vorne ansalzen. So, dann kannst du die Hälfte wegschneiden, nur zu schräg. Soll ich dir die wegschneiden oder willst du das mal anmachen? Also so. Ich halte. Ja, genau. Dann gibst du mal die Schere. Gut. So, ne? Genau. Und hier, wo mein Finger als Startups ankommen. An deinem Finger ankommen. So, dann holen wir die nächste Partie runter. So. 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 So.